Hallo liebe Fans, äh, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Heute steh ich mal, naja, wo steh ich denn hier? Rast mal. Naja, jedenfalls, ähm, ich hab mir mal so meine Gedanken gemacht. Die ganzen YouTuber wie Survival Martin oder Fritz Meinecke oder sonstige stellen immer irgendwelche, äh, komischen, äh, Energiegetränke, beziehungsweise hier Nahrungsergänzungsgetränke vor. Da hab ich mir gedacht, ich könnte das ja hier auch mal machen. Weil ich darf ja keine Namen nennen, weil sonst wär das ja wieder Werbung. Und deswegen hab ich mir mal selber was gekauft und zwar von Ermann Fudi. Ein Fudi, eine Mahlzeit, das ist jetzt Schokolade. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Kostet um die 2,50 Euro, so ne Flasche. Ist immerhin, äh, fast ein Euro billiger als das Zeug, was die anderen vorstellen. Und es ist auch einiges drin. Ich kann euch das kurz erzählen. 100 Milliliter, ähm, haben 108 Kalorien. Davon 5,2 Fett. Zucker 6,8 Prozent. Gramm, Entschuldigung. Ballaststoffe, Eiweiß, Salz, Blah, Vitamine, jede Menge. Das letzte auf der Liste ist dann, äh, Jod mit 9,38 Mikrogramm. Ja, wo ist die Mikro, ne. Mikrogramm, genau. Und dann haben wir noch Magnesium und Zink und Eisen und all so'n Gedöns. So, und ich werde das mit euch mal testen jetzt. Das ist aber nicht eiskalt. So, braun sieht das ganze Zeug aus. Und das läuft mir gerade über den Finger. So, da wollen wir wirklich schmecken, gucken, ob es wirklich nach Schokolade schmeckt. Na ja, es geht. Auf jeden Fall wird man satt davon. Das habe ich jetzt schon das Gefühl. Und ich habe nur ein paar Schluck getrunken. Ich mache es mal wieder zu. Wenn es denn gehen würde. So, und dann zeige ich euch nochmal kurz. Also, 77% Milch. Na, ganz schön viel Zeug drin. Irgendwie ist das so ein bisschen grisselig innen drin. Na ja. Aber ich werde dieses Video nicht mit Werbung kennzeichnen, da ich mir dies selber gekauft habe. So, und das hier kaufe ich mir nie wieder. So, ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, zu disliken, wie auch immer. Und abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Tschüss, Sikowski, euer Holger.